Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Cat Quest. Und ja, wir machen jetzt hier die Nebenquestreihe fertig, das Opfer. Es ist ein weiterer Talisman, dieser Stein anders zu sein. Könnte sein, dass man noch mal eine Vögel im Hintergrund hört. Die vom Talisman ausgehende Magie ist überwältigend. Es gibt eine eindeutige magische Schuhe, die er auch immer gemacht hat. Finden. Okay, dann werde ich ihn mal finden. Hilf mir, bitte. Hast du das gehört? Da in der Nähe von diesem... Patzen hoch, Monster. Okay. Ich war gerade eher so voll irritiert. Lass jemanden miaue, lass uns weitermachen. Ich war gerade irritiert vom... Vom... Heißt es denn? Vom Busch noch. Weil schon wieder ein Busch war. So wie im letzten Part. Aber... Ja, grrrr. Hilfe. Das war definitiv echt da drüben. Ja, gleich. Ich ziehe gerade noch Leute vor Kloppen. Gemöbelt. Der niemand... Ach, egal. Gehen wir einfach. Ich glaube, das ist wieder... Das alle mache ich weg. Wenn ich eigentlich jetzt fliegen würde, kann ich sagen, nö. Okay. Du warst das. Ich verstehe nicht. Du bist freundlich. Du hast diesen Katzen die ganze Zeit geholfen. Warum höfst du niemanden, der Böse ist? Du nennst uns böse. Das wirst du noch bereuen, Kätzchen. Ein Katzenkampf? Miau. Keinem dagegen an. Kein Problem. Lass uns durch. Du bösartiges Magier-Kätzchen. Stopp. Ich muss Miau-Garn finden. Bevor er jeden vernichtet. Miau-Garn, bist du nicht der Böse? Ich bin... Me... Me-Mae-Lin. Also... Oder Miau-Lin. Alle fälle in Anspielung auf Merlin. Miau-Garn hat zugelassen, dass seine magische Kraft ihn kontrolliert. Ich habe ein Schild um die Stadt gelegt, um ihn einzusperren. Nun gut, Miau-Lin. Aber warum lockst du dann an Kätzchen in die Stadt? Je mehr Katzen da sind, umso stärker ist das Schild. Doch sie kamen nicht mehr. Deshalb wurde der Schild geschwägt und er ist erwacht. Hey, Knäuel. Wie können wir ihn finden? Bereitet einen Suchzauberspruch vor. Er ist fast fertig. Ich rufe euch bald wieder. Der Rückzugsort. Er ist fertig. Finde mich in der Nähe des Geheimnisses von Tempels. Der O-Garn ist in der verpfoten Felder. Bitte helft mir, ihn zu shoppen. Wir kümmern uns drum, Me-Mae-Lin. Doch du musst die anderen Kätzchen freilassen, hörst du? Ich erledige das sofort. Ja, wo bin ich? Wie bin ich hergekommen, Mounds? Du auch? Komm, lass uns nach Hause springen. Ja, ha, ha, ha. Ich habe die magische Energie dieses uralten Ortes absorbiert. Fisch Kekse. Er beschwört etwas herbei. Du hast keine Chance, mich zu besiegen. Ha, ha, ha. Ja, auch keine weitere bösartige Magie mehr. Level 46. Wurf. Alle Fälle wurfet. Der O-Garn ist jetzt in guten Pfoten. Vielen Dank, ich habe viele Katzen gerettet. Und ich habe die Stadt für jeden geöffnet, der einen Rückzugsort von der Welt da draußen braucht. Das ist toll. Nählen. Bitte nimm dies an. Wir haben es voller Hut. Crest abgeschlossen. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl dabei. Noch mehr von euch. Oh, Dracos. Schon gut, Mouhaha. Wisst ihr noch, wie schwach ihr wart? Nun seid ihr beide so mächtig. Nur dank dir, du Miststück. Jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Deine Schwester wartet in der gefrorenen Tatze auf dich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann nicht schaden, vor dem letzten Kampf noch etwas stärker zu werden, nicht? Komm schon, ich kenne den passenden Ort. Ja, würde ich tief, tief sagen. Dies ist eine Drachengruft. Räumen wir sie erst mal. Ja. Wir sind sogar im passenden Level. Was haben wir hier in der Kiste drin? Nochmal geheimnisvoller Hut-Upgrade. Geräumt. Herr Großvoter, komm schon heraus. Ohoho, du hast den Test bestanden. Ich bin draußen. Okay, aber ich will mir das anschauen, was das ist. Kann ich das? Ja, kann ich nicht. Barry, dein Freund, ist ganz schön mächtiger geworden. Ein Drachenblut, nicht? Ja, Großvoter. Wissen, wissen, wie wir noch stärker machen können, wie wir stärker machen können. Okay. Hm. Hm. Ja, ja. Zuerst müsst ihr mehr über die alten Meister erfahren. Folgt mir. Dies, meine Kitty-Kätzchen, ist ein alter Meister. Jetzt würdest du mich wohl reinlegen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so aussahen. Die Drachenblüter und die alten Meister haben eng zusammengelebt. Haha. Es gibt eine Ruine in der Nähe. Trefft mich dort, wenn ihr bereit seid. Level up. Oh. Viel Erfahrung. Viel Erfahrung. So aussahen. So, die Antworten, die ihr sucht, erscheinen, sobald alle Monster im Inneren besiegt sind. Was ist die? Und 40. Zaun. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit eine andere Fläche setzen. Ach, okay, ist der Looten. Priorität immer der Loot. Unser Ritterschwert wurde geupgradet. Gleich nur mal ein Level up. Wunderschön. Du hast leider kein Mana. Ja, kein Mana. Also wir kriegen echt gute Erfahrungen hier. Das muss ich ja sagen. So, was bist du? Goldene Kiste auch noch. Schönes Ding. Level 48. So, goldene Kiste öffnen wir hier natürlich. Das. Kastenhelm. Okay, interessant. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich glaube, da drüben war noch was, was wir töten. Ja, genau so, Magia. Kiste habe ich da auch nicht eröffnet, ne? Müssen wir gleich mal schauen. Was wir so noch öffnen können. Wird ich schon? Ninja Schleier. Hatten wir noch nicht. Geräumt. Es passiert nichts. Lass uns wieder nach draußen gehen. Du hast sagst. Hey, ich habe wieder dieses komische Gefühl. Maunz. Drachenblut entdeckt. Spielt Zugang 3, 3, 4, 5. Der Drachenkrieg ist vorüber. Das Problem mit Alios und Elie bleibt bestehen. Der Tag. Die Drachenblüter sind mächtig. Elios. Er scheint sich zu weigern, seine Schöpfung wegzuschauen. Elios, dieser Verräter. Ich weiß, was er vorhat. Er plant den Thron für sich zu. Hilfe seiner Drachenblüter. Der Hundesohn. Ah. Dann sind wir uns darüber einig. Lass uns Nulldimensionen nennen. Dieser Alios war ein alter Meister. Da bin ich mir sicher. Schuf also die Drachenblüter. Oho. Das scheint alles verwirrend zu sein. Das wird alles bald enthüllt werden. Auf zum nächsten. Ohohoho. Du weißt, wie es läuft. Das weiß ich. Aber ich verabschiede mich auch von euch. Denn ich möchte... Weitern? Einen Moment. Schau, was auf der Inschrift drauf ist. Die Drachenblutlinie kann bis zu den alten Meistern zurückverfolgt werden. Historiker haben noch nicht herausgefunden, warum und vielleicht wird es gelingen. Ich würde fragen, ob es noch mehr davon gibt. Ja, ja. Kiri fragte ich. Ähm. Nicht woanders hin. Aber wie gesagt, Leute. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja, lasst doch gerne eine positive Wertung da. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Haut rein. Und ciao, ciao.